Hallo und guten Tag! Wie man sieht, es ist ein wunderschön sonniger Tag hier in Neuss. Heute ist Ende März 2015 und nicht nur wir Menschen, die man sieht, leben auch und haben übrigens Frühlingsgefühle auch unsere Hunde, wie auch die Wildtiere im Wald fangen an aktiv zu leben und bekommen so langsam ihren Nachwuchs. Dies ist auch der Grund, warum ich mich zu diesem kurzen Video entschlossen habe, um meine Hundeschule Doggies in Neuss kurz vorzustellen. Ja, absolut jede, jede Hundeschule und jeder Hundetrainer in Deutschland arbeitet komplett anders. Beispielsweise habe ich mich mit Doggies darauf spezialisiert, körpersprachlich mit Hunden zu arbeiten. Denn ich finde, dass es gerade in risikoreichen Situationen wie Abruf vom Reh oder Kaninchen oder Giftköder und viel mehr wir absolut sicher sein müssen, dass wir unsere Hunde sofort stoppen können und er uns sofort versteht, ne mein Schatz? Damit nichts Schlimmeres wie Beißvorfälle, Schussverletzungen, Tod oder viel, viel Schlimmeres passiert. Zum Beispiel gerade letzte Woche kamen viele schockierende Meldungen von geschossenen Hunden zu mir oder auch Geschichten von zerstrittenen Hundebesitzern, wo die Hunde sich beispielsweise nicht genug am Menschen orientiert haben und somit in brenzlige Situation kam. Oft höre ich auch, ich hätte vorher das alles besser mit meinem Hund trainieren sollen. Und ja, ich bin Hundetrainer. Sowas höre ich sehr, sehr oft, glauben Sie es mir. Ich liebe unsagbar Hunde, aber weiß auch um die Gefahren und Nöte und arbeite ganzheitlich mit ihnen für unsere Lieblinge hier. Das bedeutet, dass ich immer mit den Hunden auf körperliche und geistige Gesundheit trainiere. Denn wir alle, die umsichtig mit Hunden als wunderbare Einheit arbeiten, bereiten uns auf diese speziellen Situationen, wie zum Beispiel jetzt die kommende Brut- und Setzzeit am 1. April vor. Das gehört zu unserem Alltag. Oh ja, dass Hunde nicht unkontrolliert durch die Gegend springen, sondern sich an uns orientieren und dass wir Hundebesitzer und somit souverän mit unserem Hund innerhalb der deutschen Gesetze natürlich bewegen können. Und deshalb würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, Sie bei Ihrer Arbeit mit Ihrem Hund zu begleiten und Sie zu einem wirklich festen und harmonischen Team zusammenzuschweißen. Ja. Auch Knutschian, du bist ja ein Süßer. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und Zuhören. Die Hunde hatten auch sehr viel Spaß. Ihre Carina Konrad von der Hundeschule und Doggies in Neuss. Ja. 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 Vielen Dank.